So, wieder da, Frames wieder einmal umgestellt, ja, es fängt mal wieder an zu laggen, ich hasse diese Aufnahmen, ich hasse diese Aufnahmen mit Frames, mit Fraps manchmal, die geht mir so auf den Sack. Ich brauche jetzt irgendeine geile Idee, wo ich mein Bett hinpacken kann. Jetzt sieht es, suchen bei mir alles. Was macht wer? Sind sie da, sind sie hier oder was? Ja, die sind bei mir. Wer? Kali, Kubi, Gianni. Sie sollen abhauen. Ja, ich will jetzt hier mein Haus weiterbauen, das Dach draufziehen und dann noch einen schönen Raum für mein Bett machen. Ist mega, wenn sie hochkommen, brenne ich, ne? Äh, brenne ich ab. Was? Weil jetzt stöbern einfach meine Kisten. Gut, dass ich meine wichtigen Sachen einfach mal gesichert habe. Blinker, ich glaube, ich habe Bullshit gemacht. Ähm. Wieso habe ich keine Werfer mehr? Habe ich die ernsthaft unten verbaut? Hm? Die sollen hier verdammt nochmal verschwinden. Oh man, oh man. Weil Stress hatten wir letzte Runde, diese Runde wollen wir einfach nur bauen. Ja. Vielleicht gibt Andy noch ein bisschen Stress, aber jetzt wollen wir einfach nur bauen. Ne. Wir haben noch ein wenig Zeit und dann will ich fucking nochmal bauen. Oh. Mist. Ich glaube, da ist das doof. Spender. Spender. Werfer. Ja, toll. Vor allem Johnny, du sucht hier einfach meine kompletten Kisten und nimmst hier wahrscheinlich einfach alles raus. Oh man. Ja, hier sind jetzt alle Hühner, weil ich einen Werfer mit einem Spender verwechselt habe. Oh, kotzt das an. Lol, das ist ja mal richtig geil. Ein Hühnchen, ein eisern Huhn. Ähm. Hubi, er sagt, er sei dein Beschützer. Von wem? Leck. Ich hab ein Standbild. Ich hab ein Standbild. Man merkt voll gut, dass wir auf dem neuen Server spielen. Ja, volle Kanne. Hängt mehr als normal. Was machen die Dreiden eigentlich immer bei uns, Herr? Ernsthaft? Ja, das regt mich auch schon ein bisschen mittlerweile auf. Oh, das wäre eigentlich am klügsten, wenn wir erstes Innenleben vom Turm machen würden, dann könnte man nicht besser drum rum bauen. Ah, ich will erst mal das Außenrum rum machen. Sieht so aus wie aus, die haben einfach nichts zu tun. Null. Ja. Komm, geh hoch. Ich baue ernsthaft, ich glaube, ich baue irgendwo auf dem Boden dann TNT-Fallen demnächst mal hin. Äh, wo man halt runterfällt und das dann halt bumm macht. TNT-Fallen halt. Aber komm. Ich bin hier eben. Und, äh, ja, ist mir scheißegal, was bei denen passiert, aber die sollen nicht bei uns rumlaufen. Boah, ich, ich weiß nicht, was abgeht. Boah, ich hab immer noch, ich bin, renn hier rum. Such, will ne Spitzhacke mir holen. Bau mein Dach fertig. Such immer noch die Spitzhacke jetzt. So, meine tolle Effizienz. Was wollte ich machen? So, dann baue ich jetzt hier mal. Ich muss ernsthaft Stein, Stein kaputt machen, weil ich kein Cobblestone hab. Ist ja vollkommen okay. Shit happens. Boah, ich hab echt anderthalb Frames. 19 Frames sagt mir Minecraft. Ich hab keine Ahnung, was abgeht mit dem Drecksspiel. Ich hab keine Ahnung, was abgeht mit dem Drecksspiel. So, der Raum hinter dem Portal nimmt Gestalt an. Boah, Alter, ich kämpf hier richtig mit. Ist das nicht mein lokaler Enchanting zusammen Spice? Ne, ich stell's wieder um. Kleinen Moment, Leute, nehm ich mir gleich wieder da. Alles andere. So, wieder da. Ich hoffe, es klappt jetzt endlich mal. Sind die noch da? Was? Sind die drei noch da? Keine Ahnung. Startest du eigentlich dann gleich Minecraft neu, oder tust du dann einfach nur mit dem Server runtergehen? Ich hab mit dem Server runtergegangen, hab bei Flaps das umgestellt und dann geguckt, ob das was ändert. Na, im Normalfall ist das sehr wenig bei Flaps. Oh, zwei Endermen. Ich glaub, ich... Hab ich das überlebt, wenn die mich hauen. Was ich auch sehr Ultgeek finde... Oh, das ist ein toller Leck. Dass die Steine wieder da sind, die ich grad abgebaut hab, das ist immer ein toller Leck. Oh, Mini-Zombie und Endermen. Mini-Zombie und Endermen. Ja, das packst du schon. Ender Perle. Äh, hast du eigentlich alles Quarz abgebaut? Äh, sehr viel, ja. Oh, schädig sterb. Blut gelaufen. Aber das leckt schon wieder, ey. Mann. Ne, ernsthaft. Ich sag dir, ich hör auf gleich mit der Aufnahme heute, wenn das so weitergeht. Beim Runterfallen hab ich fünf Frames. Da, gib mir mein Stuff. Scheiß Zombies. Dumm, 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 dumm. Die mit Haltbarkeit, Effizienz und die mit Glück, die hab ich bei mir drin in der Chest außerdem. Okay. Wenn's du also brauchst, musst du mich erstmal anhitten und so weiter. Man kennt das ja. Bescheid sagen. Aufs Maul geben, ne? Jo, hi. Hi. Au. Ah, meine Auge. Ich sag, du sollst mich anhitten und nicht anschießen. Meine Auge, ich hab keins mehr. Ja. So, jetzt wollte ich... Werfer hab ich hier, ja. Ich glaub, die sind auf meine Warnung hin, aber verschwunden. Ah, ich glaub nicht, aber... Dann kann er noch hoffen. Da ist übrigens kranken Hühnerbefall bei uns. Hast du ne Goldrüstung an? Nein. Eisen. Okay. Du bist in deinem Haus unten drunter, ne? Ich bin bei meinem Haus. Okay. Bau hinterm Portal, also unter meinem Haus. Du baust Portal ab, ernsthaft. Ja, die sind bei mir oben. Die sollen sich verpissen. Das ist ein Scherz, oder? Was denn? Die haben mich von oben grad angegriffen. Leul, ich hab mich selbst getroffen. Durchs Wasser im Fall schießen ist nicht so geil. Naja, du bist, wenn du da oben bist, bist du echt extrem gut dran, weil du einfach nur Leute, die im Wasserfall drin sind, einfach abschießen kannst. Näh. Gut, Kubi ist Kill on Sight. Den... den töd ich. Ich brauch ne Schaufel. Es ist und bleibt genau immer noch meine Insel. Näh. Wenn du Hilfe brauchst, sag's ruhig. WTF, ey? Die haben einfach nix zu tun. Die haben einfach echt nix zu tun. Die haben einfach echt nix zu tun. Gut, dann geh ich glaub ich gleich mal was abfackeln. Wenn du jetzt so exzellieren musst, ist das jetzt auch nicht lassen, ne? Näh, wenn die meine Insel hier einnehmen und mich daran hindern, mich was zu bauen, dann ist es mir scheißegal. So, mein Panoramafenster ist jetzt grad am Stehen. Was kann man von oben runterfallen lassen, was einem Schaden gibt? Am Boss. Ne, die lassen Eier runterfallen oder sowas. Ja, Eier machen ja keinen Schaden. Ne, ich krieg aber Damage davon. Ja, es wirkt nur wie Damage. Ne, aber ich krieg keinen Schaden davon. Aber, ähm, ich fall wieder runter. Boah, Mane! Die sollen sich von meinem Haus verziehen. Ich weiß es nicht, aber ich glaub die verstehen da was das angeht. Irgendwie kein Spaß einfach nur. Weil es auch nicht lustig ist. Das war grad der lächerlichste Zombie-Kampf ever. Der Zombie ist schon so stark verbrannt gewesen, dass ich einfach nur einmal zugeschlagen hab, der war tot. Ja, soll ich verdammt nochmal verziehen hier? Ja. 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 Weil der Server laggt, hey. Ähm, das liegt bestimmt am Host, am neuen. Gut, gib mir ein Feuerzeug. Ist mir jetzt egal. Äh, nö, das machst du dir schön selbst, weil ich will damit nichts zu tun haben. Gibst du mir ein Flint und Eisen? Ich schau gleich nach, ob ich eins hab. Hm. Ich schon so viel Glowstone hab, dann mach ich das ganz chillig. Jey, es hängt. Ja, wenn die dauernd hier versuchen wir mich trollen, dann ist mir egal, dann brennt's jetzt. Wir haben nur sehr wenig aus Holz. Das ist trotzdem genug. Brennst du die Brücke ab? Ja. Bring mich nicht, dich dran zu hindern. Hähn. 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 distinction. tratar, das hat die Psychology beschrieben wurde. Bei Light. By Light? Es gibt einen Film, der heißt Twilight. Darauf gibt's eine Parodie, der heißt By Light. Ja. Die kenn ich 누구. Und, hast du dir Twilight schon angeguckt? Twilight? Twilight, nee. Though I didn't have any fryzz, but the fuck you can look. Und ich hab Stein. Ich musste noch ein bisschen Drohung reinbringen. Scheiße.